Als ich meinen Kanal eröffnet habe und den ersten Anfang sahen, dürften vielleicht einige von euch einen Schreck bekommen haben, wie mein äußerliches Erscheinungsbild bzw. wie mein Körper ausgesehen hat. Das hat für viele ziemlich unschön, hat sich jetzt in den letzten Jahren ziemlich gebessert. Und da möchte ich einfach meine Fehler euch in diesem Video mitteilen, die ich bei der schleimfreien Halbkost bzw. veganen Rohkost gemacht habe, die halt zu dieser Situation geführt hat und damit ihr auch diese Fehler dann, wenn ihr diesen Weg einschlagen möchtet, vermeiden könnt. Den ersten Fehler, den ich gemacht habe, ist einfach, dass ich zu schnell umgestiegen bin. Also ich bin von einer konventionellen Kost innerhalb von drei bis sechs Monaten vegetarisch, vegan und dann rohköstlich geworden. Habe in der Zeit auch sehr viel Obst gegessen und wenig Grünzeug oder auch die Übergangskost nicht so praktiziert. Und dadurch habe ich dann sehr schnell viel Gewicht verloren. Hatte auch dann nach einer Zeit, ja, ziemlich starke Entgiftungsphasen, weil ich dann noch nebenbei ab und zu mal einen Tag lang komplett gefastet habe. Und da hatte ich einen Energiemangel, konnte auch nicht mal klar denken, weil sehr viele Giftstoffe auch im Kopf und im Hirn waren. Also die kognitive und mentale Leistung hat ziemlich nachgelassen, der Körper war ziemlich fertig, Schwindel, solche Sachen sind dann an einem aufgekommen. Also sehr viele Entgiftungssachen, Erscheinungen halt einfach, weil ich halt sehr viel Obst am Anfang gegessen habe, weil Obst löst sehr viele Gifte und reinigt. Deswegen verlieren auch sehr viele am Anfang Gewicht und da einfach am Anfang die Übergangskost von der schleimfreien Heilkost machen, sich Zeit nehmen, Schritt für Schritt die Umstellung halt machen und sich auch bei den ganzen Sachen Zeit lassen. Sehr viel Grün am Anfang mit integrieren anstelle vom Obst. Obst würde ich am Anfang so gering wie möglich halt erstmal halten und erst wenn man eine solide Basis aufgebaut hat, dann den Obstgehalt dann etwas erhöhen. Sondern auch, das mache ich, es ist ein Pasto dulce, es ist wirklich ein Pasto dulce. Mmh, todito. Der zweite Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich noch sehr viele Nahrungsergänzungsmittel am Anfang genommen habe. Die haben am Anfang noch etwas kompensieren können, wo ich mich wohl gefühlt habe, aber irgendwann hat es dann dazu geführt, dass ich nach einem Jahr zum Beispiel dann nicht mehr so dieses positive Gefühl bei den Nahrungsergänzungsmitteln gehabt habe, dass sie mir mehr belastet haben, als sie mir geholfen haben. Du lästertest Gott auf unglaublich infame Weise! Und das weitere Problem, weil ich halt am Anfang in diesem Glauben war, dass ich dadurch sehr viel Geld ausgegeben habe, was ich eigentlich dann vielleicht zum Beispiel in mein Projekt hätte investieren können oder halt auch in, ja, einfach gesunde Lebensmittel. Also zum Beispiel von meinem Bauernfreund oder hier in der Region einfach Obst und Gemüse kaufen anstelle von diesen Nahrungsergänzungsmitteln, die halt sehr viel Marketing und Geldmacherei auch zum Teil sind, weil die Leute sich dann einen ziemlich starken Kopf auch machen, weil sie halt, ja, Nahrungsergänzungsmittel XYZ, also die Palette ist ja ziemlich groß, da kommen immer wieder neue Stoffe mit dazu. Ich kenne Leute, die nehmen da 10 bis 15 Nahrungsergänzungsmittel, die sie unbedingt nehmen müssen und dann machen sie sich auch einen Kopf, wann sie etwas nehmen, weil das hebt ja das auf, wenn ich das gleichzeitig nehme oder ich muss das vor dem Essen nehmen oder nach dem Essen. Das heißt, man ist halt ziemlich verkopft, war ich am Anfang auch, fand ich nicht schön und dann habe ich dann auch irgendwann, wie ich gesagt habe, bei meinem Körper gemerkt, dass ich die eigentlich überhaupt gar nicht brauche und deswegen habe ich diese Nahrungsergänzungsmittel bzw. auch diese Nährstofftheorie einfach über den Haufen geworfen. Und momentan funktioniert es ja bei mir, ich nehme überhaupt keine Nahrungsergänzungsmittel, nicht mal Vitamin D. Müsste eine lustige Steinigung werden. Da gehe ich lieber den ganzen Tag hier in der Pharmakultur im Sommer raus, lasse halt meinen Körper sich natürlich reinigen und da ist auch wichtig, wenn man halt die Schleimfreie Herkoste von Arnold und Erik mal auch zum Beispiel genau durchliest und die mal auch längere Zeit praktiziert über mehrere Jahre hinweg, da wird man auch merken, dass der Körper eigentlich gar nicht so viel braucht, wie uns eigentlich erzählt wird. Und bei diesem Punkt kann man sich auch die Frage stellen, was nimmt der Körper eigentlich wirklich auf von den Nahrungsergänzungsmitteln, weil es ja isolierte Stoffe sind und ob man sich da nicht letztendlich auch nur einen teuren Urin dabei macht, weil der Körper das einfach nur über die Nieren wieder ausscheidet und das dann mehr oder wenig nicht so verwerten kann. Also man kann sich ja diese Frage auch mal stellen. Neben den Nahrungsergänzungsmitteln sehe ich auch diese ganzen Parasitenkuren als Geldmacherei. Viele wissen eigentlich gar nicht, was sie da genau machen oder warum die Parasiten bei ihnen im Darm sind. Das habe ich am Anfang auch gemacht, habe ich so ein bisschen dieses Terpentin ausprobiert und habe damit meinen Magen auch zum Teil gereizt und habe dann auch gemerkt, dass es mir damit überhaupt nicht gut geht. Und jetzt habe ich überhaupt keine Probleme mit den Parasiten. Ich bin einfach in dem Punkt, dass ich die Grundlage für die Parasiten vernichtet habe. Das heißt, sie mögen halt eher so ein säuerliches Milieu und die haben ja natürlich auch eine Aufgabe im Körper. Das heißt, sie tun einfach Stoffe oder Gifte abbauen oder fressen, um den Körper halt zu schützen. Das heißt, sie gehen auch in eine Symbiose mit dem Körper. Und wenn ich halt dann ein basisches Milieu habe, dann nehme ich ihnen zum Beispiel die Grundlage weg, wenn ich dann Richtung schleimfrei gehe oder auch im Rohkost, dann nehme ich ihnen nach und nach die Grundlage weg. Und diese ganzen Parasitenkuren, wie gesagt, ist eine sehr viel Panikmache. Viele dieser Stoffe sind auch ziemlich bedenklich, die auch den Körper einfach nur zu einer Zwangsreinigung führen lassen, aber ihnen auch zugleich schaden und die Leute fühlen sich einfach nur besser, weil sie halt Altlasten verloren haben und die neue Belastung, die durch diese mittlichen Parasitenkuren kommen, sind weniger so belastend wie die Altlasten, die jetzt da mit ausgeschieden werden. Daher fühlen sich manche Leute auch etwas besser, aber ich habe auch da Erfahrungsberichte von einigen Leuten da gesehen, die sich damit auch ziemlich, ja, die Gesundheit auch ruinieren konnten. Von daher, Parasiten sind gar nicht so böse wie manche meinen. Die haben schon ihren Zweck mit in dem Körper. Aber am Grund, warum sie da sind, habe ich auch ein Video dazu gemacht, das werde ich euch oben in der Infokarte verlinken. Wenn ich schon bei den Nährstoffen bin, komme ich auch gleich zur Kalorien- und Protein-Theorie, sage ich mal, die ich jetzt für mich auch abgelegt habe. Also mit, wo ich 15 gewesen bin, habe ich angefangen mit Krafttraining bis zur Rohkost. Und dann habe ich halt auch ganz auf die, ja, vom Bodybuilding her auf das Eiweiß geachtet, auf die Kalorien geachtet, dass man halt, ja, mehr als 2000 Kalorien zu sich nehmen muss, 3000, 4000 zum Beispiel, wenn man viel Muskel aufbauen möchte und dann, ja, über 100 Proteine dann, oder 100 Gramm Protein oder noch mehr zu sich nehmen muss. Und das kann ich jetzt auch meiner jetzigen Erfahrung sagen, das habe ich über Bord geworfen. What the hell are you talking about? Also ich baue jetzt auch ohne das Ganze, so viel Protein zu mir zu nehmen, Muskeln auf oder auch entsprechend diese Kalorien zu mir zu nehmen, um halt irgendwie Masse zu bekommen. Das habe ich alles bei mir auch über den Bord geworfen, mache ich auch jetzt schon hier mit meinen eigenen Erfahrungen momentan, dass der Körper nicht so viel braucht. Und das sind einfach auch nur wieder so Sachen, wo die Leute einfach essen sollen, wo sie halt irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder Eiweißpücher zu sich nehmen muss und mehr oder weniger ihren Körper dadurch verstopfen. Also ein Buch, was ich hier empfehlen kann, ist Gavallina Statalowa, wir fressen uns zu Tode. Das wird ja auch sehr schön beschrieben, wo sie halt Fastenzeiten gemacht hat, dass sie da mit ihren Klienten oder Patienten Muskeln aufgebaut hat, wo sie halt die ganze Zeit gewandert sind. Und da bin ich jetzt auch zu einem Punkt gekommen, Muskeln baut man eigentlich nur durchs Training auf und je weiter man mit der schleimfreien Heilkost bzw. mit der veganen Rohkost ist, desto weniger Muskelkater hat man zum Beispiel. Und wie ich halt bei mir auch bemerkt habe, ich kann zum Beispiel lange Fasten, verliere nicht mehr so viel Gewicht und kann dann trotzdem nochmal Muskeln aufbauen. Also von dem her, die Kalorien-Theorie und die Eiweiß-Theorie sind einfach nur Theorien, die ich jetzt für meine Sichtweise einfach widerlegt habe, die für mich einfach nicht notwendig sind. Eine kleine Unterbrechung für eine kurze Mitteilung. Und zwar habe ich zwei neue Kurse veröffentlicht, eine 42-Tage-Challenge für die Grundlage in die Permakultur und eine 22-Tage-Challenge für die Grundlage in die schleimfreie Heilkost, vegane Rohkost und dem Fasten. Beide Kurse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Durch das ganze eiweißhaltige Essen, beziehungsweise auch mit dem ganzen, ja, um seine Kalorien auch decken zu können, tut man einfach nur seinen Körper übersäuern und vollpumpen. Das heißt, dass dann die ganzen Schlacken oder die Reste, die der Körper eigentlich nicht benötigt, sich in die Muskeln ansiedeln. Das heißt, das ist so zusammengepresster Schleim zum Beispiel. Und wenn man dann anfängt zu fasten, wie es bei mir am Anfang war, da habe ich dann sehr schnell 30 Kilo verloren, habe auch sehr viel Muskelpaste eigentlich auch verloren, weil da halt die ganzen Stoffe mit dabei waren, die der Körper eigentlich gar nicht benötigt, die er beim Fasten ausgestoßen hat. Aber jetzt, nach den 5, ich glaube, ich bin jetzt schon im 6. Jahr, dass, wenn ich faste, ich wenig Muskeln verliere, jedoch dadurch, dass dann sehr viele Wachstumshormone und andere Hormone ausgeschieden werden, die es verhindern, dass die Muskeln abbauen. Habe ich auch schon ein Video gemacht, das ich euch oben in der Infocard verlinken. Und es ist halt sehr interessant, dass ich natürlich jetzt hier gefasst in immer weniger Muskeln und allgemeinem Gewicht verliere, weil halt der Körper den falschen Körper sozusagen abgelegt hat. Und wenn der Körper halt rein sozusagen ist, dann kann man halt Fasten und Muskeln aufbauen und sich rohköstlich ernähren und braucht halt nicht diese ganzen Kalorien und Eiweiß und muss man auch nicht so dieses Verkopfte herangehen. Beim nächsten Punkt, den ich jetzt ansprechen möchte, handelt es sich um das soziale Umfeld. Das war bei mir am Anfang auch ein ziemlich großes Problem, halt die Akzeptanz von Familie zu bekommen, von dem Arbeitsumfeld und von den Nachbarn, weil sie mich auch zum Teil sehr komisch angeschaut haben. Also wo ich noch studiert habe, haben mich die Leute komisch angeschaut. Die waren ziemlich verunsichert, warum ich Sprossen esse, warum ich grüne Smoothies zu mir nehme, warum ich alles roh esse. Hat die Leute zum Teil ziemlich stark verunsichert. Und da hat man mich sogar aufgefordert, ich soll damit aufhören. Neben bei den einen Fehlern, den ich ja gemacht habe, mit einem starken Gewichtsverlust. Das kam auch nicht sehr gut bei den Leuten an, die haben mich auch mehr gemieden, haben mich jetzt kränklich gesehen und hatten auch Angst, mich vielleicht anzufassen, mich darauf anzusprechen. Da wurde ich halt auch zum Teil ausgegrenzt, weil ich halt natürlich nicht mehr in ein Restaurant ging. Das war ja auch schon, okay, ich habe nie Alkohol oder Zigaretten getrunken, geraucht, nicht getrunken. Und das spielt halt auch mit ein, dass das halt so soziale, wie nennt man das halt, Geflogenheiten halt auch sind. Und viele verbinden halt sehr viel mit Essen. Manche sind es sehr emotional an, dass man zusammen gemütlich im Restaurant ist oder in einer Familie und dann das Gleiche isst. Viele fühlen sich dann angegriffen, wenn man zum Beispiel sich rohköstlich ernährt. Das hatte ich auch bei meiner Familie, dass sie dann gemeint haben, ja, ernähren sie sich jetzt schlechter, ist jetzt irgendwas schlecht an ihrer Ernährungsweise, warum ich das jetzt zum Beispiel nicht mache. Und haben sich dann, haben sich halt mit dem Essen auch zum Teil identifiziert und haben sich dann angegriffen, gefühlt in ihrer Blase. Dann kamen wir jetzt auch schon mal mit der kognitiven Dissonanz zustande. Hat ja auch schon mal sehr nette Gespräche mit meinen Nachbarn gehabt, die mich dann auch beleidigt haben, weil sie dann dachten, ihre Lebensweise schlecht sei, ungesund sei, weil ich mich halt anders ernähre. Und da ist es dann auch so, in meinem sozialen Umfeld, beziehungsweise auch in meinem Praktikum und in meinem Studium, habe ich dann gemerkt, dass mir das eigentlich gar keinen Spaß gemacht hat. Dass ich da acht Stunden irgendwas gemacht habe, was ich eigentlich gar nicht machen wollte. Ich eigentlich andere Sachen im Kopf hatte, die ich mir umsetzen wollte. Ich wollte mich halt mit Entgiftung, mit dem Fasten halt auch zum Beispiel beschäftigen, mich damit halt mit Leuten unterhalten. Hatte ich halt nicht gehabt und das hat mich halt auch psychisch ein bisschen runtergezogen. Und da ist es halt wichtig, dass man sich halt ein soziales Umfeld, muss nicht viele Freunde sein, aber einige wenige, mit denen man sich unterhalten kann, mit denen man seine Konflikte, mit denen man seine Traumata bearbeiten kann, beziehungsweise auch ansprechen kann, mit denen man dann auch seine Probleme besprechen kann, wo man auch seine Sachen machen kann, die einem auch Spaß und Freude macht und nicht sich Art Stunden irgendwo reinquellen und denkt, eigentlich würde ich halt nicht gerne hier sein, also zum Beispiel sein eigenes Projekt halt auch machen. Leute auch finden zum Beispiel einen Potluck, wo man halt zum Beispiel gemeinsam sich austauschen kann, Gerichte essen kann, einfach solche Sachen halt, wo man sich ein entsprechendes Umfeld holt, die einem auch unterstützen, die einem fördern, sein Potenzial zu entwickeln, sich zu voller Größe aufrichten und die nicht einem die ganze Zeit schlecht reden wollen, runterziehen oder auch die Schuld für etwas geben möchten. Ich möchte jetzt nun anschließen mit dem sozialen Umfeld und zwar sind es die eigenen Programme, Konflikte und die Psychologie dahinter, da wäre ich auch ziemlich froh gewesen, wenn ich mich damit hätte, mehr beschäftigen würde, anstelle von der Spiritualität und Esoterik, einfach mit der Psychologie des Menschen, mit dem Programm, die man zum Beispiel von seinen Eltern mitbekommen hat, weil da hängt zum Beispiel auch die Kalorientheorie, die Nährstofftheorie, alles mögliche damit mit den Nahrungsergänzungsmitteln, auch wie man zum Beispiel essen sollte, was man essen sollte und alles mögliche hängt ja damit auch zusammen, auch Konflikte innerhalb der Familien, zwischenmenschlich, dass man sich halt einfach mit den Sachen beschäftigt, weil wenn die Psyche hinüber ist, dann kann man zum Beispiel auch essen, was man möchte, man wird einfach nicht gesund. Und ich habe mir halt zum Beispiel Videos von Paul Vasslaweck angeschaut, Dan Ding Karnicki und Vera Birkenwill und weitere Coaches, zum Beispiel Peter Fram, schaue ich mir auch gerne an, einfach so, die sich halt mit der Psyche von den Menschen beschäftigen, zum Beispiel dieses Drama, die viele halt hier unterliegen, dass man das halt nicht mehr annimmt, dass man sich davon löst, sein eigenes Potenzial aufrichtet und sich da einfach nicht mehr runterziehen, lässt und in dem Zusammenhang habe ich auch angefangen mit der Meditation, das habe ich auch schon damals angefangen, kann ich auch nur jedem empfehlen, aber mit der Psychologie an sich habe ich mich nicht beschäftigt, wenn man zum Beispiel alle, es gibt ja auch meint hier, Orchester, wenn sie halt in der Übergangszeit sind, also recht am Anfang war bei mir auch so, dass man andere Leute auch zum Teil herabwertend getratet hat, verurteilt hat und sowas, das sind ja auch einfach nur eigene Sichtweisen, Interpretationen von einem selbst und spiegelt sich natürlich auch wieder vom Außen hinweg und man macht sich sozusagen das Leben einfach nur schwerer, macht sich nur unnötig Stress und das ist man ja zum Beispiel nicht selbst, das sind einfach nur Programme, die ablaufen, Konflikte, die ungelöst sind, die man einfach lösen kann, wenn man sich dessen bewusst ist. Von daher würde ich sagen, man sollte sich viel mehr mit der Psychologie beschäftigen anstelle mit der Esoterik und mit der Spiritualität, weil auch da in der Esoterik und der Spiritualität sehe ich mehr als Gatekeeper für viele Leute, weil Probleme und Lösungen und die Konflikte sind ja da im Selbst, also man soll innere Arbeit machen, deswegen meditiere ich ja zum Beispiel auch, deswegen sollte man sich auch diese Psychologie-Videos anschauen, dass man halt mit sich selbst im Reinen kommt und schaut, dass man halt die Energie von innen heraus bekommt. Bei der Esoterik sehe ich ja bei vielen Sachen, wie zum Beispiel mit der Seele, was ich als Programm erachte, mit dem Geist, was ich als Programm erachte, Astralwesen, was das dann noch alles Mögliche gibt, Kundalini, Chakren und so, das sind einfach alles Sachen, die uns auferlückt worden sind, das sind Programme, die wir eigentlich loslassen könnten, die uns einfach nur Energie ziehen. Was für mich? Erster des Gott auf unglaublich infame Weise! Müsste eine lustige Steinigung werden. Die ja einfach Elemente vom Außen darlegen und da ist es dann auch so, ich kenne sehr viel in der spirituellen Stilie, die dann an Gott, an Jesus, an Engeln oder sonst irgendwas glauben, also irgendwelche Retter im Außen. Das kann man ja auch so abstrakt sehen, dass man zum Beispiel Hilfe von Donald Trump nach Frau Merkel holt. Ist ja für mich nichts anderes, einfach irgendwelche Hilfe von außen bekommt, wie ein kleines Kind zum Beispiel, anstelle selbst von innen heraus souverän zu handeln und sich nicht irgendwelchen Sachen unterzuordnen, irgendwelchen Frequenzen, irgendwelchen Schwingungen oder sonst irgendwelche Sachen, irgendwelche Gott oder Engeln oder sonst irgendwas unterwerden, sondern einfach auf Augenhöhen, wie ein Erwachsener, seine eigenen Probleme angehen, Konflikte löst und von innen heraus wächst und das nach außen ausstrahlt. Und jetzt noch zum Abschluss, das, wo viele Rohkästler auch ein Problem haben, ist dieses Überessen. Also, wenn man halt mit der Rohkost oder beziehungsweise mit der schlaffreien Heilkost anfängt und da im Über geht, ist es halt so, dass man viel anderes Sättigungsgefühl hat. Also die meisten überessen sich, haben dann diese Fülle, diese Schwere im Magen, essen noch ziemlich deftig und das nennen sie dann als Sättigungsgefühl, wo dann manche sich für eine halbe Stunde hinlegen und schlafen könnten. Und bei der Rohkost ist es halt eine, du bist viel leichter und du hast einfach so dieses andere Gefühl und bist dann ein bisschen verunsichert. Hä, was ist denn jetzt das? Ist das jetzt mein Sättigungsgefühl oder ist das nicht mein Sättigungsgefühl? Und haben da viele das Problem, dass sie halt über dieses leichtes Sättigungsgefühl hinausgehen und dann sich überessen, weil halt auch die Rohkost etwas leicht, dass der Körper sich daran gewöhnen muss und die Leute dann meinen, hä, bin ich jetzt satt oder nicht? Und Essen halt einfach, um halt dieses Gefühl von damals wieder zu bekommen und da ist halt zum Beispiel ein Tipp, dass man zum Beispiel, wenn man satt ist, dass am nächsten Tag dieses Gefühl mitnehmen soll und dann zum Beispiel nur 80% seinen Magen am nächsten Tag füllen sollte und halt da einfach schaut, wenn ich mich zum Beispiel übergegessen habe, das einfach als, ja, Punkt zu sehen, sich nicht schlechtreden, wie es halt manche machen, weil das hat natürlich auch wieder Erfolg auf die Psyche, auf den Körper, was halt natürlich auch, sondern einfach den nächsten Tag als neue Chance sehen und schauen, okay, ich habe mich jetzt da über zu viel gegessen, ist kein Beinbruch, kann ja mal passieren, schaue ich, dass ich wieder am nächsten Tag das, ja, adaptiere, anpasse, dass ich vielleicht am nächsten Tag vielleicht etwas weniger esse und dann Schritt für Schritt an dieses Sättigungsgefühl komme. Klar, am Anfang der Rohkost wird man ein bisschen mehr essen und da einfach wieder auf den Körper hören, wann sagt er, wann ist Schluss, wann bin ich satt und nicht einfach wegen Lust und Laune einfach, ja, essen, wie es halt viele machen aus Langeweile, also dieses ständige Essen zum Beispiel den ganzen Tag, irgendwas im Mund haben, das ist für mich schon, geht in Richtung Sucht und ist halt eine ziemlich, ich würde sagen, ungesunde Angewohnheit, wenn man die ganze Zeit irgendwas isst und die ganze Zeit die Verdauung anregt, weil das braucht halt auch irgendwann eine Pause, sonst kommen dann irgendwelche Folgen wie Diabetes oder sonstige Probleme mit den Organen, braucht man jetzt auch nicht unbedingt. Also man sich halt einfach zum Beispiel mit dem Intervallfasten feste Esszeiten macht, bleibt am Anfang von 12 bis um 8 und es halt dann immer kürzer werden lässt und da halt schaut, dass man sich nicht einfach über isst und dann einfach schaut, bis man nicht gut gesättigt ist und zufrieden ist. Ich hoffe, dass euch dieses Video geholfen hat und dass ihr auch von meinen Fehlern etwas mitnehmen und lernen könnt, damit ihr die zum Beispiel auch vermeiden könnt und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr unten in den Kommentaren etwas schreibt. Seid ihr schon in der Übergangskost zur schleimfreien Heilkost? Welche Probleme habt ihr momentan, wenn ihr die macht? Habt ihr Entgiftungsprobleme oder also einfach euren jetzigen Zeitpunkt? Können wir gerne mal in den Kommentaren ein bisschen philosophieren und reden. Freut mich sehr. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr den Freunden, Bekannten, Familien von mir und mein Projekt erzählt. Teilt auch gerne dieses Video an ihnen, teilt es auch an Social-Media-Plattformen, unterstützt mich dabei, das Video weiter zu verbreiten und den Kanal weiter zu wachsen, wachsen zu lassen. Und natürlich findet ihr auch weitere Unterschriftungsmöglichkeiten, wie immer unten in der Videobeschreibung, zum Beispiel meinen 22-Tage-Challenge für die schleimfreie Heilkost, wo es einfach alles nochmal etwas kompakter und kürzer ist, damit ihr meine Erfahrungen von den letzten sechs Jahren nochmal etwas kompakter habt. Und wie gesagt, weitere Unterschriftungsmöglichkeiten mit PayPay, Patreon, Bankverbindungen, findet ihr alles unten in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne mal euch anschauen. Und sonst, vielen Dank, dass ihr eingeschalten habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.